GRODEG Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen und blauen Seen, der rüber die Sonne düster hinrollt. Umfängt die nachtsterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zirnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich, mondene Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Und leise Tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer, ihr ehrenen Altäre, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, die ungeborenen Enkel. Grodeck ist der Ort, an dem Trakel als hilfloser Sanitäter im Ersten Weltkrieg das unvorstellbare Leiden und Sterben der Verwundeten im Lazarett ansehen musste. Eine Erfahrung, die unmittelbar zum Selbstmordversuch führte und letztlich auch im Selbstmord endete. Gieses, sein letztes Gedicht, ist der Versuch, auch diese Erfahrung lyrisch zu bewältigen. Tatsächlich besteht es annähernd zur Hälfte aus Formulierungen, die zu einem geradezu idyllischen Herbstgedicht gehören könnten. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder, die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne, doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk. Mond eine kühle, unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. Diese Teile des Gedichtes entsprechen der Gleichgültigkeit der herbstlichen Stimmung gegenüber allem, was die Menschen einander antun. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Im ersten Vers wird man auf die Assoziation von Waldesrauschen hin irregeleitet, bevor der zweite Vers mit tödlichen Waffen grausam zuschlägt. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düster hinrollt. Syntaktisch verwirrend. Offenbar tönen auch die Ebenen und Seen von den tödlichen Waffen, die im Satzbau nur vorgezogen wurden. Auch das Folgende würde sich mit einer kleinen Umstellung in gewöhnliche Syntax einfügen. Doch das Geschehen erfordert gewissermaßen auch zerbrochenen Satzbau. Nur darum heißt es nicht, die Nacht umfängt, sondern umfängt die Nacht sterbende Krieger die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Die zerbrochenen Münder sind sicher genauso viel Tatsachenbeschreibung, wie sie vielleicht auch eine Art Metonymie sein können, eine Bedeutungsverschiebung von den zerbrochenen Körpern auf die Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich, mondene Kühle. Immer wirrer wird die Syntax. Vielleicht lässt es sich durch Paraphrasieren auflösen. In »Doch Stille sammelt sich unter der mondenen Kühle im Weidengrund«, das vergossene Blut als rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt. Die bis dahin mehr und mehr zerbrochene Syntax bringt aber den folgenden, syntaktisch klaren Satz um so wuchtiger zur Geltung. »Alle Straßen münden in schwarze Verwesung«. Dieser Vers bildet das Zentrum des Gedichtes. »Wer ihn einmal gehört hat, vergißt ihn nicht wieder.« Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Wenn man das »Es« weglässt, stellt sich auch hier ein verhältnismäßig klarer Satzbau ein. Weichen wir hier mal nicht auf einen Sprecher aus, sondern stellen wir fest, es ist Drakel selbst, der an seine, möglicherweise sogar inzestuös geliebte Schwester denkt und ihren Schatten auftreten lässt. Und leise Tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. Diese synästhetische Metapher, die sich offenbar auf Schilfrohr bezieht, ist ein letztes Ausholen vor den letzten wuchtigen Sentenzen. »O stolzere Trauer, Ihr ehrenen Altäre!« Der Stolz der Trauer besteht wohl auch in seinem Ausmaß, der seine Feier auf ehrenen Altären rechtfertigt. »Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz.« Das klingt tatsächlich so, als müsste man stolz auf diesen gewaltigen Schmerz sein, als würde ganz ironisch das Privileg gefeiert, Zeuge des größten Leids zu sein, das Menschen je einander angetan haben. Und was ist dieser gewaltige Schmerz? Die ungeborenen Enkel. Das nicht gelebte Leben, das auch das Versiegen ganzer Generationslinien bedeutet. Das ist die Überlegung des Geistes. Das ist die Überlegung um Gottes-Lä Command Tiegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.